Schalt den Fernseher an, erstes Programm, wenn's scheiße, dann schalt dich um auf, das zweite Programm, das ist auch nicht schön. Das dritte hab ich längst schon nicht mehr lieb, dennoch nennt man mich ein Dieb. Warum soll ich für was zahlen, das ich gar nicht will? Ich hab das nicht bestätigt und dennoch wollt ich mein Geld gerne einmal zahlen, wenn mir doch mal was gefällt. Doch ich warte nicht mehr, ich bin dagegen, gegen, gegen, gegen Einschaltzwang. Ich schalte den Fernseher an, dann und wann, ich seh DVDs, dann schalte ich um und spiel Videogames oder Karaoke. Das alles ist doch niemals befindlich, dennoch bin ich nicht rechtlich, rechtlich. Warum soll ich für was zahlen, das ich gar nicht will? Ich hab das nicht bestätigt und dennoch wollen die mein Geld. Ich komm gut ohne euch klar, warum ihr nicht ohne mich. Ich hab euch nie gefolgt, ich bin dagegen, gegen, gegen, gegen Einschaltzwang. Ich hab das nicht mehr gefahren, keine Gebühren mehr für nichts. Natürlich zahle ich nicht. Keine Gebühren mehr für mich. Hey, 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 hey. Stopp! Die geht selbst. Warum soll ich für was zahlen, das ich gar nicht will? Ich hab das nicht bestellt und erfreulich mein Herz. Ich kann nicht ohne euch klappen, warum ihr nicht ohne mich? Ich hab euch nie gewollt, ich bin dagegen Gegen, gegen, gegen Einschaltzwang Stopp, 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 die geht's selbst Stopp, die geht's selbst Stopp, 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 die geht's selbst Stopp, die geht's selbst Stopp, 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 die geht's selbst Stopp, 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 stop Untertitelung des ZDF, 2020